Hallo und wie schön, dass Sie dieses neue Video über Blumenbinden anziehen. Ich bin Kalein Tyckes und ich bringe Ihnen alles über Blumenbinden bei. Mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich werde es so gut ich kann übersetzen. Heute machen wir ein ganz besonderes Herbstarrangement. Wir gehen an die Arbeit mit Kranz und Herbstmaterialien. Gefällt Ihnen das? Dann geben Sie einen Daumen nach oben. Möchten Sie dieses Paket bestellen und in der Beschreibung finden Sie einen Link, wo Sie dieses Paket bestellen können, oder können Sie ihn auf www.uronleimblumenbinden.nl Wir liefern auch nach Deutschland. Gut, wir gehen an die Arbeit! Ich habe viele verschiedene Herbstmaterialien. Diese befestigen wir am Kranz. Wir befestigen die Materialien mit Leim. Die Kranz ist sehr lang haltbar. Sie können dieses Blumenarrangement im Innen oder draußen aufstellen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich verwende viele natürliche Materialien. Ich verwende auch einen Trockenblumen. Sehr schön. Sie können es überall hinstellen. Draußen oder drinnen. Sie können das Holz auch dekorieren. Ich werde Ihnen einige Ideen zeigen. Ich befestige den Anfang am Kranz. Ich schiegele die Materialien mit Schnur. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020